Herzlich willkommen zu einem neuen Meditationserlebnis und heute geht es ums annehmen können von positiver Energie, von Geschenken, die das Leben so bringt und wie du in eine Energie kommst, dass du das überhaupt annehmen kannst. Und das wird ein Spiel, ein Wechsel zwischen aktiver Energie, also nach vorne streben oder verschlossen sein und natürlich passiver Energie, weiblicher Energie, das zulassen können von positiven Fügungen, guten Fügungen oder natürlich auch von, ja wie gesagt, Geschenken, die auf dich warten und die auf uns alle warten. Gut, dann starten wir gleich mal. Schließ bitte deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und beobachte jetzt mal aus dir heraus so deine Gedanken. Also beobacht mal so deine Gedanken und schau mal, was dein Verstand so macht. Ist dein Verstand eher aktiv, unruhig, suchend oder ist er passiv? Versuch das mal einzuordnen. Beobachte mal. Ich beobachte jetzt mein Denken, meinen Kopf. Und beobachte das mal. Und ich denke, dir wird dann auffallen, dass der Kopf aktiv ist. Vielleicht ist er recht aufgebracht, vielleicht ist er ein bisschen müde, auch erschöpft. Aber letzten Endes ist der Kopf, ist dein Verstand, sind deine Gedanken aktive Gedanken. Das heißt, da wird etwas erreicht, da wird etwas gesucht, da ist was in Bewegung. Und nun mach dir mal bewusst, wenn du auf dein Herz hörst, also so auf deine Gefühlsebene, dein Fühlen. Wenn du dich jetzt mal zum Beispiel auf deinen Herzschlag konzentrierst, dann ist das Herz natürlich aktiv schlagend, aber das Wahrnehmen des Schlags, das Beobachten, das Fühlen deines Herzens, das ist eine passive Energie, eine empfangende Energie. Und jetzt setz mal dein Bewusstsein wirklich so zwischen deinem Fühlen und deinem Denken, so wirklich in die Mitte. Und erlaube dir mal aktiv und passiv nochmal zu fühlen, das passive, so leicht unterhalb von dem, wo du jetzt beobachtest, und das aktive oberhalb. Und nun erlaube dir mal, in deinem Bewusstsein tiefer zu sinken, also über die Schwelle deines Herzens runter, immer tiefer und tiefer in die Entspannung rein. Und in diesem Absinken, in dieser Ruhe, die du da findest, tauchst du ganz tief jetzt mal so in deine Lebensenergie ein. Also in das Zentrum, wo deine Lebensenergie in dich einfließt. Und diese Lebensenergie fließt deshalb rein, weil du an einen Punkt kommst, wo Frieden und Zufriedenheit in dir herrscht. Also Frieden und Zufriedenheit. Und in diesem Frieden, in dieser Zufriedenheit wirst du immer passiver und erlaubst dir auch, dass sämtliche Anspannungen, sämtliche Lebenskämpfe oder Lebenskrämpfe sich jetzt lösen. Erlaub dir das mal zu sagen, ein paar Mal. Ich lasse los. Ich lasse los. Ich lasse los. Ich lasse los. Ich gebe mich dem Fluss des Lebens hin. Ich gebe mich dem Fluss des Lebens hin. Ich gebe mich dem Fluss des Lebens hin. Nun erlaube mal, noch tiefer in diese Entspannung einzutauchen und noch tiefer in die Passivität zu gehen. Und Passivität bedeutet zuerst mal, nichts zu haben, nach nichts zu streben, sondern einfach mal offen zu werden, offen zu sein, aber ohne den Beweis, dass etwas kommt. Ich erlaube mich, dem Fluss des Lebens zu öffnen. Und in diesem Lebensfluss kannst du nun spüren, dass du über die Leere hinausgehst Und du nimmst jetzt in der Ferne ein weißes Schimmern wahr So ähnlich wie Sonnenstrahlen am Ozean Wenn sich das Licht in tausenden Spiegelungen wiederbricht Und so ein Flirren, so ein weißes, strahlendes Licht Nimmst du nun in der Ferne wahr Aber du bewegst dich nicht auf das Licht zu, sondern du nimmst es wahr und wartest So als würdest du auf einen Bus oder einen Zug warten, am Bahnhof Du weißt, der Zug kommt ganz gewiss, laut Fahrplan Du musst dem Zug oder Bus nicht entgegen gehen Und genauso wartest du jetzt auf dieses Flimmern, dieses Bewegte, diese bewegte Energie Die strahlend weiß Wie unendlich viele Lichtstrahlen, die von unendlich vielen Diamanten gebrochen werden Und sich widerspiegeln Eine Kaskade aus weißem Licht Und du bist ganz entspannt Und spürst schon das erste Lichtstrahlen, erste kleine Lichtbrechungen dich berühren Deine Zehenspitzen, deine Kniegelenke Vielleicht schon ein bisschen die Oberschenkel Du spürst, dass dieses Licht dich berührt Und dort, wo das Licht dich berührt Kitzelt es vielleicht ein bisschen Fühlt es sich ein bisschen belebter an Du spürst, da kommt was in Bewegung, in Fluss Und du spürst jetzt auch, dass dieses Leuchten noch näher kommt Und auch die Außenseite, deine Beine, Knie, Oberschenkel, deine Hüfte Berührt und belebt Und das ist kein Licht, das irgendetwas von dir fordert Es ist einfach nur Leben und Bewegung Und es aktiviert auch dein Wurzelschakra Also tausende kleine, kleine Lichtstrahlen Wiesen dahin In dein Wurzelschakra, dein Nabelschakra Deinen Solaplexus rein Und du spürst auch, wie dein Bauch Von diesen Lichtstrahlen jetzt schon getroffen wird Und aktiviert wird Und dieses bewegte Licht Kommt näher und näher Ohne, dass du etwas tust Und plötzlich nimmst du wahr, dass du erfüllter wirst Freier wirst, strahlender wirst Und du spürst Dass dieses Licht sich jetzt auch zu deinem Herzen hin ausweitet Aber auch über deine Schultern, deinen Rücken, die Wirbelsäule entlang Unzählige Lichtpunkte tanzen da um dich herum Die Arme rauf, deinen Hals rauf Und du spürst, dass dein ganzer Körper strahlt und erstrahlt Aktiviert ist von diesem Licht Und nun Erfass das Licht jetzt auch nochmal Hals Und deinen Kopf Dein Gesicht Deine Sinne Deine Augen, Ohren Und die ersten Lichtstrahlen treffen schon auf deine Haare Und du spürst, dass du freier und offener und inspirierter wirst Und auch deine Verstandesebene wird jetzt von diesen unzähligen weißen Lichtern aktiviert Und gereinigt Und über deinen Verstand hinaus Und über deinen Scheitel Und über deinen Scheitel Und in diesem Licht spürst du Und in diesem Licht spürst du Lebendigkeit Kommt man nichts Wenn man sich nicht anstrengt, wird man nicht belohnt Vielleicht hast du Glaubenssätze in Bezug darauf, dass Passivsein negativ ist Und nur aktiv sein, fleißig sein, etwas leisten müssen, wird belohnt Und diese Glaubenssätze Und diese Glaubenssätze, die dir dein Passivsein verleidet haben, werden nun transformiert Und deine erschöpfte, vielleicht auch traurige, passive Seite wird nun geheilt Denn das Empfangen des höchsten Lichts Ist die größte Gnade und gleichzeitig die höchste Aufgabe des Menschseins Und du empfängst jetzt dieses Licht Und erlaubst, dass dieses Licht dich aufrichtet innerlich Reinigt innerlich Und dass es dich dazu inspiriert Die unendlichen Möglichkeiten des Lebens zu empfangen Und auch all die Geschenke, die auf dich warten, zu empfangen Und nicht weil du brav warst Oder weil du besonders strebsam warst Sondern weil es ein Grundgeschenk des Menschseins ist Diese Geschenke und Gnade zu empfangen Ob das nun emotionale Geschenke sind In einer Partnerschaft, in einer Beziehung Ob das jetzt materielle Sachen sind Ganz egal Du spürst, dass du bereit bist zu empfangen Und dass jetzt auch die letzte Anspannung Der allerletzte Stress Der dich daran hindert Diese Geschenke zu empfangen Transformiert wird Und du nun offen bist Für das göttliche Geschenk Deines Daseins Und rund um dich herum Beginnt nun alles lebendig zu werden Der Stuhl oder das Bett, auf dem du sitzt Oder liegst Die Couch Deine Wohnung Alles erstrahlt in diesem weißen Licht Alles ist göttliche Energie Alles ist geformt aus dieser Grundenergie Und du spürst, dass du unendlich viel dieser Energie empfangen kannst Aber auch wieder abgeben kannst Und du spürst, dass du Teil bist Der großen Göttlichen Energie Des großen Spiels Des Lebens Und du atmest dieses Bewusstsein mal tief ein Und wieder aus Und während du ausatmest Erscheint nun Dein höheres Selbst Dein Lebensplan Dein Seelenplan Und manifestiert sich In Zufriedenheit Glück und Heilung In dir und durch dich hindurch Du spürst auch Du spürst auch Wie sich dein Energiefeld reinigt Wie alles Belebt Und energetisiert ist Und du spürst Dankbarkeit Liebe Und Freude Danke Danke Dass ich da bin Danke Dass ich lebe Und danke Dass ich diese Energie Spüren kann Und in dieser tiefen, tiefen Reinigung und Zufriedenheit Spürst du Dass dein Verstand Leichter geworden ist Dass deine Emotionen Leichter geworden sind Und dass auch du Meisterin Oder Meister Deiner Gefühle Geworden bist Und bedanke dich jetzt nochmal Für das Geschenk Des Lebens Und für die Erkenntnis Dass du Gerade in deiner Passivität Unendlich viel erreichen kannst Dass deine Passivität Eine deiner größten Stärken sein kann Und du lädst jetzt deine kreative Passivität In deinen Alltag ein Und atmest jetzt noch dreimal tief ein Und wieder aus Und du bedankst dich jetzt Bei der geistigen Welt Und auch bei dir selber Dass du dir erlaubt hast All das zu empfangen Und versprich dir jetzt nochmal selbst Während du dich bewegst Deinen Körper bewegst Dich nochmal beim Göttlichen bedankst Dass du diese Passivität Dieses unendliche Licht Jetzt mehr und mehr In dein Leben lassen möchtest Atme nochmal tief ein Und wieder aus Streck dich durch Bewege deinen Körper Bewege deine Arme und Beine Und dann öffnest du Langsam deine Augen Und kommst in deinem Tempo In das Hier und Jetzt In diese Zeit In diesen Raum zurück Und du kannst dich an alles Erinnern Was du während dieser Reise Erlebt hast Und spürst nochmal nach So diese Lebensenergie Und kommst wie gesagt In deinem Tempo In das Hier und Jetzt Diese Zeit Diesen Raum zurück Wie hat dir diese Meditation gefallen? Schreib gerne deine Erfahrungen in die Kommentare Ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch Abonnier den Kanal Wenn du ihn noch nicht abonniert hast Und ich hoffe Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Und ja Ich wünsche dir alles Gute Aus dem wunderschönen Lenz Bis nächstes Mal Dein Oliver Arani Tschüss Bis nächstes Mal Bis nächstes Mal Bis nächstes Mal Tschüss Bis nächstes Mal Untertitelung des ZDF, 2020